Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Forest, zusammen mit Yitzgami. Moin Leute. Genau, heute machen wir an der Höhle weiter. Also unten war nix, oder? Äh, doch, es ging, man konnte durch den Tunnel tauchen, aber ich will zuerst einfach mal hier weiter. Ja, okay, komm, aber drüben geht's ja weiter. Hä? Wirklich? Rüberschwimmen, ja. Einfach ganz normal. Ich bin komplett verwirrt, also ich check's gar nicht mehr. Wir sind halt wirklich gerade wild. Hier, oder geht's hier überhaupt weiter? Ja, hier geht's weiter. Oh, das sind auch Kannibalen. Okay, aber das ist ein gutes Zeichen. Kann ich schon, oh Gott. Oh, 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 oh. Ja, drei Stück, okay. Vier Stück, oh, ach nee. Ich kann den nicht hitten, weil er in dieser Scheißwelle drin ist. Ich muss anzünden. Oh Gott, Achtung, Achtung, Achtung. Oh, ja. Werden die eigentlich geschwächt durch das... Oh Gott, sorry, ich hab dich geschlagen. Werden die eigentlich geschwächt durch das Feuer? Nee, wir kommen beim Patienten viel mehr Scheiß. Okay. Achtung, Alter, wie viele kommen denn hier? Achtung, da kommen nochmal zwei. Ach, seichs, Junge. Wie viele, Alter, wie hält der aus? Ja, der steht immer wieder auf. Ach, und dann wälzt sich da noch einer. Boah, oh, oh, oh. Okay, ich glaub, ja, der hier ist tot. Der hier, der auch. Alter, wie viel... Oh, da kommt nochmal einer, hä? Hast du dir ein Spawner, also? Ich muss noch die Füße abhangen, weil ich brauch Essen. Ja, ich auch. Da ist noch mal einer. Oh, ich hab schon so eine Scheiße gegeben. Okay, wie viele Beine kann man mitnehmen? Zwei nur. In Hände kann man auch nur zwei. Ah, okay, ja, dann nehm ich auch noch eine Hände mit. Die ist eigentlich so brutal. Ja, die wollen ihn jetzt töten. Ja, aber du musst denen einfach die Arme und Beine abhacken, um sie zu essen. Ich brauch noch einen Arm. Leih den, ne, ich leih mir den nur kurz. Oh Gott, oh, ich wär fast ins Feuer gelaufen. So. Okay, die sind noch fresh. Frisch, 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 frisch. Okay, ich esse noch kurz dieses normale Fleisch hier. Und dann trinke ich auch noch was. Okay, können wir noch mal ein Lagerfeuer machen? Weil ich brauch schon wieder Essen, weil ich Leben brauche. Nö, das hab ich kurzzeitig gebunden. Äh, ja, können wir. Was ist denn hier oben noch? Keine Ahnung. Ich finde es schade, dass man die nicht mitnehmen kann. Weißt du, was ich meine? Was? Kannst du hier noch Knochen aufsammeln? Weil ich bin schon full auch. Ich muss hier der Knochenrüstung machen. Ja, okay, ich kann auch nicht mehr Knochen mähen. Dann machen wir auch noch kurz ein bisschen Rüstung. Okay, ja, lol, ich bin full. Warte mal, ich muss ein paar anziehen. Okay, Essen ist fertig. Essen ist fertig. Achso, für mich auch, ne? Ja, hast du noch irgendwo ein bisschen Knochen? Knochen? Brauchst du den zweiten Dings hier nicht? Ich bin full live. Achso. Achso, kann ich hier nehmen. Okay, dann nehm ich den. Nochmal wieder Knochenrüstung. Jetzt, keine Knochen mehr. Jetzt kann ich, ähm, jetzt hab ich zehn Knochen. Okay, ich hab jetzt, wie kann ich denn die eigentlich wieder ausziehen? Ich glaube, die kannst du gar nicht wirklich ausziehen. Ah doch, jetzt hab ich einfach eine gedroppt. Warte mal, dann zieh ich nur. Sieh mir eine an. Weil ich hab hier eine zu viel. Weil ich will den nicht zu viel brauchen. Können wir da gern? Ja, weil das wäre unnötig. Das hätten wir vielleicht noch brauchen können. Ja, egal. Was? Ja, ich hab das Lager vorher zerstört. Okay, kann man hier oben? Nee. Ach, hier geht's mir. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh ja, das sieht vielversprechend aus. Bogen, Bogen. Gib mir Bogen. Ach, hier nicht der Speil. Hier ist nochmal Farbe. She is not dead. She is sleeping. Aber scheinlich. Wow. Dynamite. Oder Flair? Flair? Ne, Dynamite. Dynamite. Oh Gott. Okay. Ähm, hörst du das auch? Hast du das auch gehört? Die Mutanten. Glaub, hier ist nochmal Schiss. Glaub hier als Mutanten jetzt dann gleich. Jetzt halt nicht weiter. Noch hier unten. Ah, nee. Ah, du bist schon hier. Also ob sie nicht weiter geht. Wir müssen tauchen wahrscheinlich dort vorne. Oh nein, Alter. Ey, ich glaube, ich behalte jetzt einfach die Tauchrüstung an, weil ich hab so viel mehr Licht. Da kann man ja auch nirgendwo mehr weiter. Oder ist es nur, wenn ich gerade aus dem Wasser komme. Ja, das ist nur, wenn du gerade aus dem Wasser kommst. Okay. Geh, jalla rein da. Ja, hier kannst du wirklich... Nee. Ah, doch, hier geht's jetzt. Weiter. Boah, ich würde das... Ich hasse das. Was? Boah, wo sind wir denn jetzt? Ich check gar nix mehr bei dieser Öle. Das ist alles so brainfuck irgendwie. Es ist immer als super liminal. Ich kann keine Mets mehr mitnehmen. Jetzt wo ich full life bin. Ich muss mal ein Sweet anziehen. Oh, das ist jetzt verlassen. Ja, da geht's auch nicht mehr weiter. Alles... Oh, Junge. Aber wir hatten doch nochmal ein Dings gefunden. Warte, ich dring kurz in der Öl. Was ist denn so, oder? Also ob wir jetzt komplett wieder anfangen müssen. Boah. Richtig belassen. Okay, aber kannst du vielleicht dann da rausschneiden. Wenn wir doch mal alles wieder zurückgehen. Oh, war da runtergefallen. Ähm. Eigentlich würdest du das auch rausschneiden dann wieder? Eigentlich würdest du das rausschneiden jetzt? Ja. Lol. Wenn du, wenn du, wenn du, ähm, einen Warm-Sweet anziehst, also Knochenrüstung, kannst du den Warm-Sweet nicht mehr anziehen. Ja. Eigentlich voll behindert, hä? Eigentlich schon. Weil, vor allem weil unsere Base halt im Schneegebiet ist. Ja, das ist wirklich scheiße. Okay, ähm. Ja, egal. Ja, gut, dann katten wir das raus. Äh, Leute, wir haben jetzt hier nochmal kurz nachgeguckt und scheinbar ist jetzt hier das Loch, wo wir tauchen müssen. Oder? Ja, also wahrscheinlich, wir sind eigentlich da, wo die zwei Spindel, also Spinnenviecher waren. Ja, genau, hier vorne. Wir müssen dir eigentlich dann einfach nur mehr rechts gehen und hier ist dann dieses Wasserloch hier. Dann einfach dann tauchen. Gehen wir mal runter. Und dann gibt's da nicht einen Weg und der führt uns da hin. Ja, führt dann zu einem Bogen. Ziemlich komplex, diese Höhle. Ja, wirklich, Alter. Es gibt so viele Gänge und in den vielen Gängen gibt's nochmal viele Gänge. Also, das ist echt verwirrend. Wo geht's jetzt schon wieder hoch? Alter, das... So Höhlen tauchen, das würde ich halt auch nie machen. Ja, ist halt wirklich so. Das ist halt ungefährlich und so creepy. Und wegen creepy würde ja noch gehen. Aber vor allem, wenn du dann einfach nicht mal auftauchen kannst, zum Luft holen, dann bist du einfach tot. Okay. Ah, okay, das sieht auf jeden Fall auch schon viel versprechend aus. Ja, hier sind auch schon Pfeil und alles so. Wo ist er denn? Hier irgendwo ist er. Wo ist er? Oh, warte, ich bekomme keinen. Geh mir mal einen Bogen. Okay. Ist denn... Hier ist der Bogen. Aber hier auf dem Boden. Hab ich ihn schon aufgesammelt? Ah, ich hab ihn schon aufgesammelt. Boah, aber jetzt richtig anstrengend. Oh. Ey, ja, wirklich, ey. Ich gehe mich hier. So, dann mache ich ein paar Bomben noch gleich. Brauche ich noch. Ist hier sonst noch irgendwas brauchbares oder so? Ich würde sagen, wir speichern hier. Oder auf jeden Fall ich. Oh Gott. Man weiß ja nie. Hört er irgendwas die ganze Zeit? Ähm. Keine Ahnung. Äh, ja, ich speichern noch mal kurz. Was ist das? Was? Ich höre die ganze Zeit so etwas wie so ein Mutant. Oder was? Ich höre die ganze Zeit so ein Mutant immer wieder. Ist dir vielleicht in der Nähe noch irgendwas? Wir könnten noch einen Bogen mich mit Licht machen. Aber dann müssen wir die Taschenlappe opfern. Ja, ich habe kein Kleber. Also belastend. Oh. Dann röt ich den hier aus. Röt ich den hier aus. Das ist immer so anstrengend hier. Boah, geil. Jetzt haben wir keinen Bogen. Oh, ich freue mich zu fetzen hier. Haben wir alles wirklich? Hier sind wir noch Molotovs und... Äh, achso ne, nur Alkoholflaschen und Dings hier. Okay, warte, dann mache ich auch noch gleich Molotovs gucken. Also Molotovs. So, warte mal. Dann gönne ich mir noch hier die Alkoholflaschen. Wie habe ich jetzt? Zwei Stück. Warte, wie so ein Perfekt aufging. Ah, ich meine... Mein Fleisch brauche ich noch. Jetzt noch was. Ja, okay, ich will raus. Ich will hier einfach mal raus jetzt. Wieder ans Tageslicht. Jo. Okay, ich gehe schon mal vor, okay? Äh, ja. Komm gleich hin. Boah, das tut sich ja dann wieder gut. Und wieder schon am Tageslicht. Allein das, ja, für mich nicht mehr so verloren ist. Ich will machen zwar Bock, aber... Aber es ist halt auch anstrengend. Es ist Zeit fighten, auf alles gefasst sein, gut gucken, wo durch es gehen und alles. Ja, dann können wir, ähm, jetzt mal zurück zu unserer Base, mal wieder ein bisschen in der Oberwelt sein. Und dann, ähm, können wir ja in den nächsten paar Folgen mal die Chainsaw holen. Also die Motorsäge. Jo. Weil die wäre auch ganz praktisch. So, gerade wenn wir irgendwann... Oder, oder die, ähm... Oder das Katana, weil... Oder das Katana, ja, das wäre auch... So, was ich weiß, ist, also ich hab die, ich hab das schon mal geholt und das war ziemlich easy, also... Das hab ich auch schon geholt, ja, das... Das war nicht wirklich schwierig. Nicht keinen Widerstand. Also da war der Bogen jetzt viel schwieriger. Bin ich jetzt... Warte, ich muss mich kurz aufwärmen. Gehen wir richtig? Ich hab keine Orientierung mehr. Ich hab mir gehen falsch. Nee, hier ist es doch richtig. Nee, wir sind falsch. Um ganz zurückzukommen. Nee, wir sind falsch. Ey, wieso bekomme ich jetzt wieder kalt? Warte mal kurz. Boah, die Höhlen. Warte mal kurz. Dann können wir kurz ein Feuer machen? Ich muss kurz was essen. Warum? Ich bekomme die ganze Zeit wieder kalt. Was soll das? Warum gibt's eigentlich nicht, ähm, so ein Silo oder so, wo, äh... Oder einfach irgendein Item, wo du halt einfach aus der Höhle raus kannst? Wie meinst du das jetzt? Ja, aber wenn du fertig bist, kannst du einfach rausgehen. Ach so, ja. Okay, können wir gehen? Warte, ich suche noch ein Feuer. Wir hatten doch irgendwo ein Feuer. Ja, wir hatten, glaub ich, hier ein Feuer. Ja, ja. Ah ja, hier vorne. Muss mir kurz was zu essen machen. So, okay, aber Leute. Wir werden in der nächsten Folge den Austritt aus dieser Höhle, äh, wagen, ja. Und werden wieder zu unserem Home zurückkehren. Schaut unbedingt bei It's Gummy vorbei. Der oberste Link hier in der Videobeschreibung. Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, das war's mit dieser Folge The Forest. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal,isiin. Untertitelung des ZDF, 2020